Ich war fix und fertig. Der Wasserschlauch von der Waschmaschine kaputt. Alles war überschwemmt, nur wegen dem Kalk. Ich nehme doch Wasserentherter, aber es war wohl der falsche. Nur Calgon schützt Ihre Waschmaschine. Auch davor. Denn Calgon-Tabs lösen sich so schnell auf, dass es zur Kalkablagerung gar nicht kommen kann. Deshalb ist Calgon der einzige Wasserentherter, den führende Hersteller empfehlen.